Ronado wechselt nicht zu Meftzibahnen. Ja, was einige schon mal war da drin. Ronado wechselt nicht zu Meftzibahnen. Es gab jetzt die letzten Tage nur dieses Gerücht und Ronado wurde selber zu Meftzibahnen. Aber jetzt muss ich erzählen, dass Ronado wechselt nicht zu Meftzibahnen. Zum einen durch seine Leute, ich würde nicht mehr an den Rekordmeister helfen. Ich habe ja eine Menge Geldkosten, was kleines, einsehnig, über 30 Minuten lockern. Okay, das ist ja, sieben ist auch ein echtes Mäfchen, auch mit seinen 37 Jahren. Ja, wie sieben haben, die hat auch, dass jetzt Schnabli für ein Stimmenspiel, das ist jetzt nichts Neues. Die Konzentrenler ist super, es hat zum wirklich super, wobei man hat jetzt schon mal nicht gekauft. Schnabli kann ein Stimmenspiel in Wille, also es gibt noch einige Alternativen. So nun stellt man Emotionen auf, da ist man wieder ohne richtige Neuensten. Und ja, für heute einmal zum gescheiterten Transfer in den Montaren. Riesi Ronado, gerne in der Brüssel erzählen. Das ist noch genau, wo es gerade angefangen hat. Und ciao.